So, da sind wir wieder direkt zurück und hab ich überhaupt Zauber? Ich hab einen Sprung, zwei... Ich hab einen Sprung, zwei Woot, das reicht natürlich jetzt erstmal noch nicht. Wir nehmen noch einen Woot mit. Nehmen ruhig noch einen Sprung mit, nehmen noch davon einen mit. Und jetzt sind wir ready to go, auf jeden Fall. Äh, was hab ich jetzt hier noch? 228... Okay, dann müssen wir noch was bauen. Wir bauen noch einen davon, wir bauen noch einen davon und noch einen davon und dann sind wir eigentlich ready. Ich will natürlich jetzt mal eben... Wir machen das so. Ich mach das mal selber in Angriff und dann danach... Haben wir noch einen hier? Greift noch irgendwer an? Gucken wir mal nach, gucken wir mal eben nach, ob noch jemand angreifen will. Greift noch wer an? Ich schreibe mit einer Hand hinter dem Mikrofon. Greift noch wer an? So, Moment, ich kann jetzt hier gerade kein Fragezeichen machen, weil ich am PC bin und die Tastatur nicht eingeblendet habe. Naja, es sieht nicht ganz so gut aus bei uns. Aber okay, wenn jetzt keiner gleich angreift, was hab ich in der Klarenbrücke? Okay, ein Golem, zwar nur ein Zweier, aber ist okay. Ich hätte einen Lava und ich hab doch, mach doch einen. Moment, ich mach einen. Mache, mache einen, mache einen, mache einen, mache einen. Okay, dann suchen wir es. Okay, dann nicht, dann werden wir jetzt erst... Dann suche ich jetzt selber einen raus. Dann suchen wir uns selber einen raus, den wir angreifen und dann bis gleich. Breaking News, Breaking News, wir haben einen Angriff von... mit rp gegen krz crxz zu blöd um das auszusprechen oder blöd um das zu buchstabieren crxz aber ziemlich zügig zz ok leute leute was macht er was macht er ist natürlich auch mal cool sich mal solche angriffe zu sehen die die ziemlich weit unten sind eigentlich er hat noch drei heilerinnen ich verstehe nicht warum er sie jetzt nicht nimmt also die sind eigentlich im grunde ich weiß nicht was er damit vor hat also für uns ist es gut das ist der gegner also er kann die heilerin ruhig aufsparen wird sind gleich auf jeden fall seine riesen tod oder zumindest sind sie gerade dabei tut jetzt ein bisschen spät kollege ein bisschen spät derzeit das ehrlich mal naja wenn sie hat er gewartet auf die luft aber das ist ja auch unsinnig komm ich mach sie kaputt genau macht die heilerin kaputt sehr schön gib ihm keine drei sterne gibt ihm keine drei sterne ja nun luftbombe 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 komm 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 lass die heilerin nicht leben ja die sind tot sehr gut aber es werden ich denke das werden drei sterne dafür ist einfach es ist können sogar ein overkill werden können sogar leichter overkill werden wir werden mal sehen außer die riesen laufen jetzt doch irgendwas rein da oben ja noch eine bombe ja teller eisen kommen bitte 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 macht sie doch tot macht sie doch tot der eine riese lebt immer noch der turm ist es da ja auch kaputt naja das war's der gegner macht das schon geschickt verdammt scheibenkleister scheibenkleister das war nie gut drei sterne von it's mad op gegen c r x z z c r x z jetzt habe ich es aber raus ja hat dann auch die die hütten an der seite aber das wird natürlich trotzdem reichen mit level drei riesen bogenschützen barbaren und mauerbrecher so sieht das aus so sieht das aus jetzt kommen wir mal vielleicht sonst noch ein angriff finden irgendwo auf der karte ja ben gegen track evolution was haben wir hier ja wir kommen fast zu sparen auch drei sterne ja die man schon überall drei sterne auf jeden fall wenn mein clan jetzt hier zu guckt leute da könnt ihr euch was abgucken ich denke mal die luftabwehr wird nicht mehr alles oder reißt sie es noch reißt sie es noch als ich noch sie reißt noch sie reißt noch um wahrscheinlich 30 das klappt nicht mehr das rad ist das kurz vor knapp das rad ist ganz ganz kurz vorm kaputt gehen ansonsten ist auch nicht mehr am leben 999 und das war's das so eine bauhütte ja viel angriff für eine wir haben viele angriff jetzt auch noch einer nicht da oben ist noch nichts mehr unten sehe ich auch nichts mehr deswegen so jetzt mal wirklich mal selber einen raus und dann gucken wir mal dass wir noch mal ein bisschen loot hier bei der hat viel loot krieg ich da was von nein wir warten ab ich suche meinen gegner aus also bis gleich okay wir haben ein opfer gefunden eigentlich ein cooler name ne so ein gesicht okay wir wollen ihn jetzt angreifen er hat wirklich also es ist es ist es ist eine ziemliche low base mal gucken wenn man wir machen auf jeden fall ein queen walk wir machen einen queen walk von da oben und schauen mal wo denn die queen hinläuft also wird jetzt denke ich mal nach ja wir lassen wir lassen sie nach wobei wo lassen wir sie hinlaufen lassen da links laufen wenn sie überhaupt jetzt nach links läuft ich glaube nämlich nicht ich glaube sie könnte auch noch nach rechts abschwenken aber bei mir sie schafft das schon jetzt werden wir mal den den woots aber wenn wir jetzt mal eben in reserve halten hier in der hinterhand ja das baby hat viel weggemacht ich weiß gar nicht wie viel ich jetzt hier brauche okay jetzt müssen wir mal eben ganz schnell dann macht die mir leider die lufterwäschen ein paar von meinen heilerinnen kaputt hoffentlich sind die gleich mal aus der reichweite ansonsten wird jetzt sind sie endlich mal aus der reichweite ich habe aber nicht mehr viele leider nicht mehr viele heilerinnen deswegen müssen wir jetzt hier gleich schon mal rein gehen 1 2 3 ich habe nur level 2 golem das macht aber gar nichts das macht gar nicht das macht gar nichts der golem hat schon okay 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 die die adler der fahrt schon den golem im visier das ist aber auch egal ich will dass meine bowler alle in die mitte rein laufen sehr gut sehr gut alle in die mitte alle in die mitte rein alle in die mitte rein jetzt zünden wir sehr gut und jetzt haben wir gleich noch sogar das ist es müssten eigentlich es müsste eigentlich drei oder es müsse eigentlich drei sterne werden vielleicht kann man sogar den ich denke mal wir können sogar den einen zauber noch sparen ich kann auch den könig zu nicht kann die könige noch zu es müssen oder kill werden wir müssen alle ressourcen bekommen und ansonsten müsste das eigentlich funktionieren haben wir nicht nur die drei sterne geholt dann auch den bonus bekommen und nun bekommen mich sehr zufrieden kann man die mauer noch machen es sind nicht mehr viele mauern eigentlich schon eigentlich sind es noch viele mauern wenn man das aber mal insgesamt betrachtet dann nicht mehr viele also insgesamt habe ja 240 mauern glaube ich oder mehr wie viel mauer damit 275 glaube ich nur oder immer mal hoch gemacht 275 mauern und da musst du überlegen dass man dann noch jetzt sagen wir 30 mauern übrig hat guck mal an wie viele wir noch haben wir haben die heilerin sogar noch übrig allerdings der könig hat er halt genau hat den könig noch ein bisschen macht den könig noch ein bisschen heiler genau 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 damit er nicht so viel an lebenspunkt verliert da oben ist ja noch was da oben ist ja noch ein minenwerfer kommen gibt dem könig noch ein bisschen lebenspunkte dazu ja ein viertel hat er verloren aber jetzt fast eine million mit bonus ist eine million kann ja auf jeden fall gut mit leben haben wir noch ein angriff nein ich weiß ich kann auch erklären warum das ist als noch mal jetzt mehr also ich kann erklären warum das kommt wenn ich zwischen dem developer bild und dem normalen account hin und her wechsel dann muss ich das spiel installieren wäre würde ich jetzt nur zwischen zwei normalen accounts wechseln im spiel selber dann könnte ich natürlich über google über google play machen würde diese meldung nicht kommen da ich aber das spiel dafür neu installieren muss deswegen nur als kleine erklärung weil mich das kira gefragt hatte deswegen kann diese meldung dann kommen weil ich wie gesagt das spiel dann nur installieren muss wenn ich zwischen dem developer bild und dem normalen account hin und her wechsel ja das werden wir dann leider drei sterne gibt es denn sonst nichts haben wir uns keinen mehr das hier probieren will will keiner angreifen wer will 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 wer angreifen was denn das für eine aussage sagt hier auf was denn bezogen du hast einen mund kira l destroyer nett gemeint nennt ihn doch endlich mal fred was war mit vor allem m m fb oh gott oh gott so lava und zack und noch ein gift und jetzt kann er jetzt kann er loslegen der armin go 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 brauche loons oder brauche loons oder larkis aber loons er habe ich denn irgendwo was golem ach golem wollte auch noch spenden habe ich den golem noch habe ich den golem noch wo ist der golem ah haben wir auch sehr gut kann ich sonst noch was spenden golem ah ich muss noch einen bauen ich spende mich hier wirklich zum zum teufel wir bauen uns aber mal zwei golems wir bauen noch ein bisschen was in der ich bin ein bisschen noch zum spenden also 15 nun kann auch nicht schaden wenn man ein paar davon noch mitnehmen und drachen werden auch immer sehr gerne genommen hier und wir haben den angriff wenn will noch mal war hier auch noch was der armin gegen den strohhut ich bin mal gespannt okay lockt die klamourg raus die klamourg fliegt ok jetzt steht die klamourg einfach darum ok ja 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 wobei hätte er sich die wiederholung angesehen hätte er doch sehen können dass da ballons drin sind oder nicht denn die base wurde ja schon mal angegriffen da war ja schon ein stern also hätte er sich die wiederholung angeguckt hätte er gesehen dass da nun zu der klamourg sind hätte er eigentlich ja sich das locken sparen können wenn ich mir immer so gedacht neuen toller dasream zu schauen wir ja der ist download gibt aber könnte doch nicht ganz gut sein kommen macht hier slightest die luft habe er kriegt darunter sehr schön sich darum ich glaube der germín rasier dien a mean rasur ami rasu urad harsh k separated am eskalieren ihr auf jeden fall sehr gut rd nicht mehr ganz ihn leider nicht mehr ganz geschafft da unten aber ansonsten die das so sehr gut aus von armin was er tut ja der armin der weiß was er macht der armin er ist mein manier das ist er ist mein mann so was haben wir jetzt hier noch haben wir noch irgendwas aus der folge von vorher das geht mir immer noch nicht es will mir nicht in den kopf es will mir immer noch nicht in den kopf wieso man so viele parts truppen aber gut dass jetzt die kleinen truppen dass jetzt die lag ich sich schon mal um die ballons kümmern das ist sehr gut das könnte ihm sehr 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 zunutze kommen oder zunutze zu nutzen zu werden und zunutze zu nutzen zu werden das kann man gar nicht sagen das kommt ihm gelegen das kommt ihm gelegen sagen wir es mal so jetzt ist er oben noch zugange der könig ist noch ganz nein er lebt nicht mehr okay jetzt wird es knapp jetzt armin jetzt armin jetzt armin jetzt wird sehr knapp jetzt wird es wirklich knapp ein jaja jetzt muss die königin noch etwas reißen ja sie er kann sie noch zünden aber es wird auch eine frage der zeit sein das wird jetzt echt ein sekundenspiel bei der eine lade ein dass das der eine welt mit erschafft ist das rad aus vielleicht noch ein bisschen anzukratzen komm jetzt muss der turm dauern wenn der turm daun ist dann haben wir eine chance ist das knapp ist das knapp also gerade jetzt darf sie in keine bombe mehr reinlaufen ist immer noch was außen nein es ist es ist nichts mehr außen außer jetzt außer der tauber show fabrik klanburg noch das wird so knapp das wird so knapp armin machst du nicht so machst du nicht so spannend knapp also es wird ein sekundenspiel zwölf elf zehn neun acht sieben sechs fünf vier drei nein ja erstmal erst hat man kein glück und dann kommt auch noch pech hinzu da machst du nix leider da machst du leider nix wir vor allem was an einfach ein bisschen tanks kann ich noch was spenden kann ich noch was loswerden hier luft oder magier da kann ich leider nicht spenden kira mache ich gleich ach zauber noch golem haben wir auch noch gerade noch nicht okay zauber können wir noch machen zauber 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 die sind immer ganz gerne genommen die erdbeben weil viele noch nicht die klaren buchse hoch haben dass ich da normalen zauber spenden kann deswegen golem haben wir gleich fertig was will kira denn haben mal im schauen was wollte den kira haben ab level fünf außer lava und luft da kommen ja dann eigentlich nur ballons in frage die sind aber gerade auch noch in der produktion da würde ich sagen ich werde mir ganz kurz warten bis wir noch ein bisschen noch angriff sehen ein möchte auf jeden fall noch zeigen und ja kurzer cut bis gleich oder hat es gar nicht lange gedauert da haben wir schon den nächsten nämlich den patrick gegen der reutzer fisch was auch immer das bedeuten markt wenn das jemand weiß was das bedeutet der reutzer fisch das google ich jetzt mal moment dass das interessiert mich jetzt aber mal was heißt das wohl was heißt denn der ist das wohl irgendwas ich glaube das könnte ein eigenname sein keine ahnung das gibt es nicht wenn du das siehst der reutzer fisch aus meinem klaren übrigens ach kann ihn ja fragen wenn er online ist dann frage ich ihn mal was das bedeutet also nuns und drachen sind natürlich gegen 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 rathaus neun gegen rathaus 18 sehr gut so etwas lebt denn jetzt noch der feger lebt noch der bombtum lebt noch leider leben auch noch die bogentürme aber er hat ja noch er hat ja noch sein helden er dann noch sein hält er musste noch ein bisschen weg machen ich meine wenn das gold lager jetzt weg ist dann ist es dann sieht gut aus dann sieht es gar wirklich gut aus der bombtum konnte auch noch weg es sieht gut aus es sieht gut aus er zum einen hat er noch viel zeit also eigentlich ist es schlecht für uns weil es ist ja der gegner also wir werden ziemlich rasiert auch in diesem in diesem klaren krieg ich glaube wir werden ziemlich hoch verlieren auch aber wie gesagt es ist ja nur es ist ja zum einen nur ein spiel und zum anderen sollte auch um den spaß gehen von daher kann ich damit leben wenn die leute spaß haben an diesem klaren krieg einen friendly war es gibt ja auch leider keinen lood das tut mir ein bisschen leid für die gewinner dass ihr da jetzt kein lood bekommt na gut man kann sagen man verliert die truppen nicht wenn man angegriffen hat aber du nimmst ja auch nicht bei beiden angriffen die gleichen truppen hat er 100 prozent gut der gegner kann irgendwie nur 100 prozent gut kann das sein greift jetzt noch mal an bogeys wenn ich schon tryhard sehe mein team wo ist er denn wo ist denn tryhard tryhard hat er schon seinen anderen angriff auch schon weg der tryhard wo ist er denn tryhard ja er hat seine angriffe weg ich bin mal sehr gespannt warum warum was ist das für eine taktik denn was ist denn was mit warum ich verstehe das nicht was macht er denn zehn heilerinnen ich weiß nicht was ich sagen soll vor allem wofür brauche die denn gleich noch die heilerin werden doch nicht kaputt gehen wo wo wovon die luft aber ist ziemlich zentral wovon sollen die heilerinnen wo nimmt sie für den könig der könig hat nur leider eine so kleine reichweite dass die heilerin da absolut bringen aber okay wenn es sich glücklich macht tryhard dann nimm halt nimm halt deine heile nimm halt so deine ganzen heilerin mit und ja nein bb bb gegen knudeli außer süß ich vermute mal wir werden wohl einen ziemlichen aber die sehr muss auch sagen die gegner haben fünf rat aus elfer wir haben nur drei und ansonsten sind ja auch also es eigentlich ansonsten auch ein ziemlich unfairer klaren krieg gewesen aber das ist meine friendly wo es ist halt so wir haben einfach die clans gefüllt mit allen leuten und deswegen ja mal gucken was er jetzt macht er steht da da er schickt den barbara in den tod er schickt ihn in den tod er ist er weg das skelett lebt noch es verschwindet jetzt auch macht er jetzt noch was habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen dass das jetzt geblitzt wird bringt nur leider gar nichts was macht er jetzt auch guck mal die luftabwehr mit einem mit einer rakete drin billi bis bist du noch da billi billi weiß gerade glaube ich nicht was er möchte Kann auch mal vorkommen im klaren krieg dass du angreifst und aber denkst was mache ich jetzt heute hat er sich entschieden er kümmert sich jetzt um den ballon und um um den baby drachen hoffentlich kriegt der baby drachen der braucht ein bisschen lange jetzt ist er am feuer der baby drache macht den magier nicht mehr kaputt jetzt bin ich mal gespannt ich meine Es ist es er muss es locker schaffen die luftabwehr steht draußen er hat nur noch zwei bogentürme da drin ich meine was will er machen was was überhaupt will da irgendwie die ballons jetzt aufhalten Er kann sich ja auch noch ballons in die klarenburg reinpacken noch höhere ballons also siebener also was was soll denn bitte hier den angriff was soll die drei sterne verhindern nichts Nichts wird der ziel die drei sterne verhindern sind glaube ich auch kaum es müssten auch kaum truppe überhaupt in die sterben also Am besten willen das wird ein totaler ober kill Da sieht man auch wieder wie ungleichmäßig das ist ne er hat Es ist es ist einfach so es ist einfach so ich muss ja ganz kurz auf meiner platte gucken Moment ein kurzer cut So ja da war meine festplatte voll da musste ich mal ganz schnell noch ein bisschen platz machen ich nehme mit fraps auf und Das ist unkomprimiert und deswegen gibt es auch teilweise etwas mehr an gigabyte ich glaube die aufnahme jetzt hat glaube ich 150 gigabyte oder so Also weil ich die folge davor noch mit aufgenommen habe ihr wisst es ist bescheid also Ich würde sagen damit sind wir am ende der episode der billi hat übrigens 100 prozent geholt für die die es nur interessiert und ja Damit sage ich auf jeden fall dankeschön fürs zuschauen morgen sehen wir uns wieder morgen gibt es das duell Mabur gegen fred hoffentlich klappt das alles so wie wir uns das vorstellen und Dann würde ich sagen danke dass ihr dabei wart bevor ich jetzt hier die folge beende noch eben schnell die mauer machen wir können Gucken gerade damit ich sage 38 mauerstücke müssen wir noch Ich sage 38 Oh 29 habe ich mich so vertan oh geil 29 nur noch cool viel weniger aber auch 300 mauerstücke insgesamt ich habe es vergessen es kommen immer wieder es kamen immer welche Dazu und ja morgen gibt es das große duell morgen gibt es natürlich auch eine folge des friendly wars und ich hoffe es hat euch gefallen und Wenn es euch gefallen hat und wenn wir bald noch mal so ein friendly war machen sollen mit vielleicht mal neuen leuten Lass mal ein like da und dann bis morgen tschüss Und dann bis zum nächsten Mal Und dann bis zum nächsten Mal